Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Online-Rang-Match-Kampf bei Pokémon Tekken Dicks auf der Nintendo Switch. Ich bin von Neuer Gameplays als Hobby und dies ist der 110. Kampf, den ich hier aufnehme, für euch, mit euch, wie auch immer, na mit euch eher nicht, ist ja nicht live, aber falls ihr mal unter den Kämpfern gewesen seid, dann zogen sie mit euch. Und ja, wir sind mit Mewtwo unterwegs. Wir nähern uns in einer Aufstiegsrunde. Wir suchen uns auch mal den nächsten Gegner und schauen mal, was draus wird. Natürlich hoffe ich, dass es was wird. Ein Computerkampf. Wenn das zählen würde, würde das eventuell aus werden. Okay, da haben wir schon eine Herausforderung. Macho Mai, 450, Belluomo. Hey, den kennen wir doch schon. Hatte ich gegen den nicht gewonnen mit Turtok? War da nicht was? Irgendwas war da doch. Oder hatte der mich platt gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Aber cool, den kenne ich noch. Aber der, ich weiß nicht, ob der aufgestiegen ist. Ich glaube schon, der ist jetzt mittlerweile in der Gruppe C3. Nicht schlecht. So, Psycho gegen Kampf. Das dürfte ich ja eigentlich gewinnen, oder? Ich bin ja sehr effektiv in der Hinsicht. Ein bisschen Überlegkämpfen, ne? Ups, jetzt wollte ich mich eigentlich schützen, aber hat wohl nicht funktioniert. Nein! Alter! Oh, das war gut abgepasst mit seinen Helfer-Pokémon. Nicht schlecht. Okay. Hat er schlau angestellt. Jetzt brauchen wir zwei Punkte. Mist. Mal gucken, ob wir das doch uns noch irgendwie wenden können. So, auf jeden Fall nicht. Jetzt hat er nur Neumasche gefunden. Mist. Nein. Heute nicht. Scheiße. Konnte ich schnell genug blocken. Na toll. Irgendwie ist es immer so bei mir, oder? Wenn ich so eine neue Aufnahmesession beginne, gewinne ich meistens den ersten Kampf, aber dann verliere ich wieder direkt. So ein Mist. Minus 37 Punkte. Na gut, immerhin haben wir bis jetzt immer noch einen Gewinn von 63 Punkten. Und einen Gewinn von Erfahrungspunkten. Hey, Level 42. Platzbonus, was kriegen wir noch? Ein blauer Schal. Wie geil. Na gut, okay. Der wird sich bestimmt an uns auch erinnert haben und wird sich freuen, dass er wieder gewonnen hat. Oder er endlich gewonnen hat. Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Na gut. Aber ich danke euch fürs Einschalten, falls ihr zugeschaut habt. Und das bis zum Schluss. Ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Kampf. Wenn es halt wieder heißt, Pokémon Tekken Dx auf Nintendo Switch Online Rangmatch Kampf mit von Löher Gameplays als Hobby und Mewtwo. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch viel Spaß bei mir auf der YouTube Seite und auf YouTube generell. Und ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Gebt mir noch einen Daumen nach oben und ein Abo, falls ihr das noch nicht habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und auf Wiedersehen und Tschüss.